Geiler Typ, kommt von der Straße, Quereinsteiger, sehr sportlich, kommt aus dem Parcours-Bereich. Ganz normaler Dude von nebenan mit Kumpels, der gerne ins Pub geht und Pay Ale trinkt, der dann plötzlich so eine Rolle ergattert, die mit Bravour spielt. Ja, und der hat auch eine tolle Entwicklung hingelegt von seinem Spiel, von der Differenzierung seiner Rollen auch. Ist ja auch immer so ein Ding, als Schauspieler möchte man ja auch nicht in Schubladen reinrutschen, sondern wirklich immer differenzierte Rollen spielen.